Leute herzlich willkommen zurück zu Crossout mit dem Füßi. Hallo. Bist du fertig mit deiner Karre? Ich bin fertig mit meiner Karre. Können wir hier endlich weitermachen? Wir können weitermachen. Get the real, baby. So, ich habe gerade fett was ausgedruckt, Leute. Das muss ich hier noch sortieren. Hey, super. Warum klotzen wir jetzt mal? Gehen die Runde zu. Das ist doch zum Kack. Kack, Kack. So, naja, da kann ich schon meine Zettel sortieren, nicht. Und gucken wir mal, was sie uns so anstellen. Bin mal gespannt, wie lange meine Kanone noch hält. Ach, jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt nach dem Repair-Kids. Okay. Da wollte ich ja nicht nachgucken. Das ist die Package. Alter, das sieht ja aber auch cool aus hier. Die haben alle diese Engines drauf. Diese Irem. Heißt der Irem? Heißt der Irem? Ich glaube, Irem. Lol. Ja. Alter, guck dir mal diesen Delta-Wolf an. Ja, was ist denn das, Alter? Ja, der hat Angst, dass die Waffe weggeschossen wird. Ja. Warte mal, welche sieht denn noch lustig aus? Okay. Okay, okay. Ich glaube, es ist gar nicht so doof, ähm, sich äh, diese Dinger dran zu bauen hier, diese, diese... Headshot? Äh, ja. Was ist denn jetzt das Problem eigentlich gerade? Ach so, es war vorbei. Gut. Ach so. So. Auch überlegt, alle stehen, keiner fährt. Bam, bam. Ja. Wieso hast du so wenig PS? Ja, ich musste gerade wieder meine Kabine wechseln. Ach so, ja. Auch super, zu siebend? Das fetzt ja. Ah nein, haben wieder einen neuen gekriegt, sehr gut. Helene ist gekommen. Helene. 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 Ist auf der anderen Seite physisch, wünsche viel Erfolg. Jo. Ich komme hier nicht aus dem Puschen, ne? Ne. Oh shit. Hoppala. Habe ich schon wieder ein Rad verloren? Ne, ne? Ne. Ne. Jo. Ich habe einen fette Scheiße, alter. Ich habe einen Reifen verloren. Aber das ist immer nicht so gut. Nö. Okay. So, ich gehe mal mit ins Gedränge. Oh, 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 oh. Oh, Tino, ich habe ein Problem. Was hat der denn jetzt wieder? Ich lege mich hier gerade mit drei Leuten an. Haha. Das ist aber doof. Oh, stell weg hier. Oh, mir hat nach einer... Was? Mir hat nach einer einen Arsch gerettet? Serious? Echt jetzt? Ja, krass, alter. Ich war gerade voll am Eimer und da rette ich mir noch einer den Arsch, ey. Drei gegen drei. Wo bist du? Ich bin irgendwo am... Ach, ich bin tot. Okay, einer fährt zurück in unsere Base. Wo sind die? Ähm, in der Nähe ihrer Base waren die. Oh shit. Fahren jetzt weiter. Okay, dann fahre ich in die Base. Ich humpel in die Base. Ich seh das schon. Ich humpel, umgeknickt. Kann das sein, dass der Literar-Reifen ein bisschen höher ist als die anderen? Äh, nein. Ne, doch nicht. Sieht nur so aus, weil du so humpelst. So. Da bleib ich jetzt stehen. Wir halten mal Ausschau, ob jemand kommt. Moment, warum capture ich nicht? Weil du nicht im Kreis bist? Ah! Ist das dämlich. Warum du holst die Runde jetzt? Das wird schwer. Da kommt einer. Ich muss selten nicht drehen. Ich muss selten nicht drehen, sonst zieht meine Kanone zu hoch. Oh ja, der hat mich getötet. Mach ihn alle. Niemals. Schaffe ich nicht. Äh! Das ist so unfair! Das ist so unfair! Er hat Bescheid auf die Seite gehst. Da lag er wie so ein dicker Marink. Und ist nicht mehr hochgekommen. Ich weiß nicht, was jeder Sportsfreund macht. Ey, wir gewinnen! Ey, jo! Aber auch jetzt nur wegen dir. Zeit ist um! Wegen mir, Baby! Weil ich die Punkte geholt habe. Wie geil ist das denn? Jetzt will ich auch mal richtig ihr XP dafür haben. Dass ich das Ding geklärt habe. 560, naja. Ich hab 80. Medioville! Natürlich ohne ST! Das kann ja nicht sein, ey! Das gibt's ja nicht! Das muss doch irgendwann... Das ist doch... Das ist doch Arschlos! Das ist doch... Das kriegst du nicht mehr! Das gibt's ja nicht, ey! Das gibt's einfach nicht! Das ist immer so, wenn man was haben will, kriegt man's nicht! Nee! Ja, ja! So, aber jetzt gibt's erstmal Rache! Jetzt gibt's Rache! Jetzt gibt's Rache! Schieß nicht, ob ich! Es gibt's Fett in Rachen! Kann mich einer rumdrehen? Wo bist du denn? Ich rutsche hier unten so ein bisschen rum! Ah, ich seh nicht! Komm mal! Ne, warte mal! Da kommt schon einer! Hallo! Geht das schneller? Danke! Weiter auf der Brücke oben ist nämlich einer! Geh mal weg hier! Du hast eh gerne die Chance mit deiner Kack-Kanone! Oh, lol! Da ist aber einer ziemlich groß! Alter, was ist das denn? Kommt, Tilo, den müssen wir ja machen! Jawoll! Freezy! Geh fikt! Uh, da kommt zwei Tilo! Jo! Da sind drei! Vier! Einer ist da! Oh, lol! Der liegt auf dem Rücken! Los, Rudi! Los, drauf! Das wird der bereuen, dass wir den nie wieder machen! Kann auch so doof sein, von der Brücke springen! Ich verstehe das aber nicht! Mach nur sieben Damage, ey! Meiner! Killassistent! Oh, hier links ist noch einer! Rechts auch! Lege kriegt aufs Maul! Rechts auch! Leider! Der Link hat keine Waffen! Der wird kein Problem sein! Habe ich! So, ich komm zu dir! Jo! Ich bin tot! Oh, ok! Shit! Pass auf! Freezy! Das wollte ich nicht! Achso, ne doch 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 doch! Das ist gut! Das ist ja keine Waffen mehr! Ja, aber du hast vorne ne Headshot dran! Bob! Genau! Ramin einfach! Wow! Er hat auch ne Headshot, ne? Ist ja aufgefallen, oder? Aber es ist nur noch der, ist nur noch der eine, den Bumsen die jetzt hat, der brennt schon wie ne, wie ne kleine Kerze! Ah ja! Wuuu! Gewonnen! Es wird ja richtig aufgeräumt! Sehr gut, ey! Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Ey, ich hab ein... Ein Small Wheel ST habe ich gekriegt! Ein Small Wheel ST habe ich gekriegt! Das ist ja natürlich zu hart! Zu krass! Na, Vibe! Ja, ich mach noch hier fertig! Ich muss noch ein paar Autos klatschen gerade mal, ne? Weißt du Bescheid! Kannst du schon mal oben präsentieren! So! Präsentiert euch! Ist natürlich nur Spaß, ne? Ja, weiß ich! War gerade mein Hund! Meine Freundin ist gar nicht da! Kann ich nämlich nur, wenn sie nicht da ist, so ne große Fresse haben! Sonst krieg ich schon mal aufs Maul! Ja, immer wenn die Kamera raus ist! Oh, schieß jetzt erstmal auf Frank! Ah! Ich hab auf Frank geschossen! Und Frank war so verwirrt, dass er gegen den Pfeiler gefahren ist! Ach Frank, das tut mir ja so leid! Nicht! Nein, das ist natürlich wirklich doof! Oh oh! Ich fahr hier weg! Das geht für mich nicht gut aus! Helene! Komm bloß nicht hin! Oliver ist auch hier! Helene und Oliver, das sind doch glaube ich Bots, oder? Hm, ich wüsste jetzt nicht, wer sich so nennt! Ah, Frank, Oliver, Helene! Hä? Die haben bestimmt gedacht, äh, die sehen bestimmt welches, äh, welche Spracheinstellung du hast! Und danach werden die Namen ausge... Oh loo, ich hab einen zerstört! Uuuuh! Das ist aber schlecht! Oh hier in der Mitte ist ja richtig... Alter, was geht denn hier in der Mitte ab? Ja! Claudia, okay, wird grad vor mir zerstört! Claudia wurde richtig herangenommen! Ey, dieser eine Mind-Doser da, der macht mich grade richtig wild! Ich wild! Ich hab keine... Oh loo, ich hab keine Waffen mehr! Ich hab keine Waffen mehr! Ich bin am Arsch! Ich hab keine Waffen mehr! Was macht man ohne Waffen? Wollte nicht! Werke fahren! Ah, warte mal! In die andere Base... In die andere Base sneaken, oder? Genau! Das wär geil! Vielleicht kriegt's ja keiner mit! Oh! Loll! Ich sitze ja da hinten! Ich hab keine Waffen mehr! Und keine Reifen! Juhu! Ich dreh mich im Kreis und der trifft mich nicht, oh mein Idiot! Was denn? Ach! Ich hab nur noch zwei Reifen auf der einen Seite! Und dreh mich die ganze Zeit im Kreis und der trifft mich nicht! Also ich hab jetzt taktisch, wie beim Football hab ich alle umfahren! Ja! Na? Und bin jetzt in der Base! Ich bin einfach an dem vorbeigefahren! Hinterm Zug! So, naja, ich capture da mal, ne? Könnt ihr das irgendwie 40 Sekunden hinhalten? Oliver! Oh Gott! Oliver! Es ist nur Oliver! Wir gucken mal, was Oliver macht! Naja, ich krieg jetzt gleich so aufs Maul! Wollte grad sagen, du kriegst jetzt Besuch! Ja! Unsere Base wird auch gecatcht! Und das schneller! Au! 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 Es ist so unfair, aufs Fahrrad zu schießen! Pisser, ey. Was macht Oliver? Ah, der sieht ja auch krass aus, der Bus, alter. Da ist Oliver. Oliver ging's genau wie mir. Ja. Er wurde einfach nur hart gebumst. So, machen wir eine Runde können wir noch. Eine machen wir noch. Eine machen wir noch. 460 XP immerhin. Naja, es geht auf Level 9 zu. Aber man muss dazu sagen, es wird jetzt langsam... Äh, es zieht sich, ne, mit dem Leveln. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Aber das ist auch... Ich finde es nicht so schlecht. Also, es muss immer ein gutes Verhältnis sein. Ja. Es darf sich nicht zu sehr ziehen. Weil ansonsten ist natürlich alles schlecht. Aber ich habe die Hälfte von 10 schon fertig. Die Hälfte von 10? Ja. Die Hälfte von was? Welches Level bist denn du? 9. Ey, Alter. Also die Hälfte zu 10, so. Ja. Ich habe es dreiviertelste oder viertel vorste zu 9. Ich bin ja erstmal 9. Ey, wer schießt denn hier auf mich? War doch bestimmt Tino. Nein, ich bin ja ganz vorne. Ach, stimmt. So. Aber ganz vorne, die sterben immer zuerst. Deswegen, dass wir die drei Bobs hier vorfahren. Der eine ist nämlich... Der eine ist gut gepanzert. So, Tino. Meinst du direkt hier so einer rein? Oh, ja, mach mal. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Wo sind die anderen? Oh, da ist einer. Das war sein Tod. Ja. Ich habe ein Rad weggeschossen. Noch eins. Hab ihn. Oh, Tino hinter uns. Hinter uns. Oben, oben ist einer drin. Meiner. Zwei ist schon geholt. Müsst du ein bisschen mitmachen. Ja, ich bin dabei. So, bin auch dabei. Drei geholt. Aber mir fehlt schon wieder ein Rad. Der vorne ist ein Rad, das ist nicht mehr ganz so viel. Pass auf, da rechts kommt zwei Stück. Okay. Ich komme dir mal helfen. Äh, jo. Ich habe nur noch ein MG. Und hol mir den fucking MG mal rein! Wie krass ist der Typ eigentlich? Wie krass ist der? Hä? Wie krass ist der drauf? Der Manus. Äh, das geht... Ja, nicht zu mir ausrichten, Junge! Ich habe drei Räder nur. Kacke! Ups. Der hat mir Bobo geschossen. Ich habe keine... Wir haben gar nichts mehr. Ich schuze auf ihn. Woo! Der hat vorbeigeschossen. Müsst, um den Manus zu treffen, Junge. Ah! Ey, Füße, du bist aber krass. Echt? Das hätte ich nicht gedacht. Wie sie... Kannst du den noch holen? Nee, ich versuche es. Ich mache jetzt hier... Ich... Ihr captured keiner. Ich habe die Reifen mit meinen Headshops durchgemacht. Ich habe in die Waffe weggestossen. Ich habe vier Stück geholt und dann verlieren wir! Was ist das für eine Scheiße, ey? Jetzt mal ohne Mist. Scheiße. Ja, na gut. In diesem Sinne, meine lieben Freunde. Schau mal. Oh, ho, ho. Ich habe 1480 XP gekriegt. Ich habe 960 gekriegt. 1480. Junge, weil ich da übelst krasse übervernichter bin. Und wenn wir jetzt noch gewonnen hätten, dann wäre ich da... Oh, Junge, ey. Da wäre ich aber doch... Da... Da... Naja, gut. Auf jeden Fall. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein. Lasst das Däumchen ab, wenn es euch gefallen hat. Und wir sind erst mal raus. In diesem Sinne. Tschüss. 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 Tschüss.